Feuer, Feuer, Feuer! Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Bombacrew. Heute werden wir in unseren ersten Einsatz fliegen und wahrscheinlich sterben. Aber zuerst stelle ich euch meine neue Crew vor. Ja, ich habe gesagt, gebt mir Namensvorschläge und ich habe sie umgemünzt, damit sie auch passend sind, weil es gibt hier Vor- und Nachnamen. Aber ihr hattet ja Gott sei Dank auch Nicknames eurer Benutzeraccounts, die dann manchmal mehrere Namen hatten. Also, Nachnamen auch. Also, als erstes haben wir Aldemar der Beste, der Pilot. Ich habe mir das Vorrecht genommen, der Pilot zu sein und der Beste unter anderem auch. Dann haben wir einmal Linus Zimmermann, unser Ingenieur. Dann haben wir hier Kronos Zeitschleife, willkommen an Bord, unser Navigator. Dann haben wir Loluka, unser Funker. Dann haben wir Lili Similicious durcheinandergekommen. Lili Similicious als Gunner, ich glaube ganz hinten. Und Voltivoltrox ist Gunner oben in der Kanzel. Und dann haben wir Kleves, unser Bomber, Richtschütze, Versorgungsgüter und alles andere. Die Musik hat gerade gepasst. So, wir haben einmal ein Training. Ich weiß nicht, was das kann. Notlandung. Ausstieg. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Wir werden verloren sein auf dem Meer. Ach, die müssen noch aufleveln, ne? Oh Mann. Okay, Crewausrüstung. Flugzeug, ich will noch einmal gerade abchecken. Ich habe das Icon etwas angepasst. Das sieht auch toll aus jetzt. Äh, ich habe extra nicht geguckt, wie das hier mit den Geschützen ist. Ach, guck mal, hier gibt es ein Bauchgeschütz. Habt ihr das gesehen? Bauchgeschützturm. Das ist dann ja auch... Ah, das ist auch super. Systeme, Radar, Löschsysteme. Das ist ja mal was. Wir haben keinen... Ach, wir können gar nichts irgendwie... Geschütztürme. Bauchgeschützturm. Ach, da, guck mal. Kostet gar nichts. Na, oh. Okay. Heckgeschützturm. Installiert. Schad pro Sekunde Munition pro Gurt. Oh, scheiße. Es gibt hier Munition? Aber... Ne, ja, 900 Schuss oder was pro Mission? Pro Gurt. Schad pro Sekunde. Installiert. Okay. Crewausrüstung, Training. Egal. Briefing. Los geht's. Oh mein Gott. Oh Mann, das sieht toll aus. Das ist das beste Flugzeug der Welt. Äh, wähle eine Mission auf der Einsatzkarte. Hm. Da ist die Normandie. Da ist Belgien. Das ist beides Belgien. Ne, ist Calais. Und anderes. Äh. Ene Mene Mu und raus bist du. Suche und Rettung. Einer unserer tampferen Spitfire-Piloten hatte über dem Ärmelkanal einen Zusammenstoß und musste auf dem Wasser in Not landen. Einen Zusammenstoß? Vielleicht wurde auch abgeschossen. Findet den armen Kerl und wirft Überlebensausstlustung ab. Das ist ja cool. Damit er durchhält, bis sie ihn herausfischen. Cool. Das ist gut. Okay, wollen wir das machen? Alles klar. Wollen wir? Wir sind los. Oh Mann, ich bin aufgeregt. 1200. Und ach, guck mal hier. Da sind diese Punkte. Warum auch immer. Los geht's. Müssen wir auch starten. Oh yeah. Das ist ja cool. Oh mein Gott. Ich bin aufgeregt. Ah, da seid ihr alle. Willkommen an Bord, meine tapferen Soldaten. Ah ja. Munition. 900 von 2. Okay. Da steht auch hier. Obere, hintere Kanzel. Was ist los? Haben wir jetzt schon irgendwas kaputt? Es ist jetzt schon irgendwo... Wie droht es sich im Gebet zu versagen? Man trage Crew mit jetzt... Alter, es fängt ja gut an, ey. Wir starten mal lieber, bevor wir gar nicht mehr abheben können. Lieferung müssen aus niedriger Höhe. Okay, da sind wir ja auch. Bleiben wir niedrig sowieso. Das beste Flugzeug der Welt, ey. Okay. Einfahren. Hier, abbrechen. Notlandung. Ausstieg. So, okay. Wie machen wir das denn mit der Versorgung? Das ist bestimmt der Bomber. Muss auch in den Bombenschacht. Da. Versorgungsgüter. Bombenwahlversorgungsgüter. Aha. Okay. Muss ich auch öffnen, ne? Aber ist ja noch nicht so weit. Guck mal, schnell vorwärts geht's auch. Rettungsgüter abwerfen. Okay. Was haben wir denn sonst noch hier? Gunner. Wir haben, glaube ich, Sprit für 22 Minuten. Das habe ich eben schon mal gelesen. Irgendwo. Ja, Zimmermann. Was ist denn mit dem Hydrauliksystem los? Was soll das denn? Oh, Mann. Die Mühle ist doch nur Schrott. Ich habe jede Menge Exos eingebaut. Oh, jetzt ist sogar ein extra Platz, wo er nichts machen kann. Okay. Oh, jetzt sind wir schon über dem Meer. Ich würde mich wundern, wenn überhaupt Gegner kommen. Kurs bestätigt. Ich habe einen neuen Kurs markiert. Okay. Oh, Gott sei Dank. Wehe, das geht nochmal kaputt. Topfes Raumschiff. Äh, Flugzeug. Ah, sieht das nicht toll aus? Meine Güte. Denkt daran, der Nachschub aus innerer Höhe. Ja, okay. Aber ist das denn schon so weit? Ach, da ist es doch. Äh, oh, scheiße. Sie müssen uns beeilen. Äh, kann ich auch Pause drücken? Äh. Klappen öffnen. Komm schon, komm schon. Huh. Wir werden angegriffen. Äh, Klappen schließen. Oh, Gott. Oh, da kommt noch mehr. Oder? Jetzt erst mal schießen. Okay, wo muss ich hin? Zurück. Oh, Treffer. Oh, da kommt noch mehr. Okay. Klee, du gehst nach... Klee, du musst ins vordere Geschütz. Du musst auch ballern. Alles okay bei euch? Okay. Nicht in Panik. Ich bin gerade nicht in Panik. Ich bin der Pilot. Ich bin immer am coolsten. Feuer, Feuer, Feuer! Zeig den... Zeigst den Crowds. Hehe. Wie sieht's aus? Ach, Kinderspiel. Was? Fotografieren? Oh, warte mal. Extra-Mission? Ja, das schaffen wir. Bist du gut im Rennen? Oh, Gott. Vielleicht doch nicht. Wer macht denn noch mal Bilder? Oh, scheiße. Der Funker? Was ist da explodiert? Was ist da gerade von uns weggefallen? Oh, Gott. Wer fotografiert denn noch mal? Der Bomber? Warte mal. Ah. Was ist los? Können wir nicht mehr schießen? Oh, Gott. Wir können nicht mehr schießen oder was? Warte, erst Foto machen. Okay. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Gott. Elektrische Systeme. Warte, wir müssen erst mal zurück. Erst mal kurz bestätigen und dann können wir andere Sachen machen. So. Gott. Ich kann leider nicht... Ach, rechts klicken. Okay. Okay, wir müssen zurück. Fliegst du auch zurück oder fliegst du weiter über gegnerisches Gebiet? Voltrox. Null. Wir haben keine Munition mehr. Da ist nichts mehr vorhanden. Voltrox, dann geh ins vordere Geschütze. Das hat keinen Sinn mehr, hinten zu bleiben. Ziemlich ist unab... Oh, Gott. Wir verlieren Teile. Munition hat es bestimmt, es ist eine Neige. Auftrag, die Munition aus der Munitionskiste zu holen. Okay, warte, warte. Äh. Munitions... Da ist die Munitionskiste. Doch, es geht. Obers Geschütz ist wichtig. Jetzt verstehe ich das erst. Ah. Das hier. Ach, Gott sei Dank. Oh. Warum ist das da hinten? Ich weiß nicht, wo wir hinfliegen. Was ist los? Was sind das alles für Nachrichten? Wir sind schon unmarkierte Kampflieger angegriffen. Markiere sie. Yeah. Ich seh leider nicht von wo. Chromitglied zur Krankenstation schicken. Wer ist denn hier da? Das ist der Malicious. Klebe ihn, dann gehen wir ins hintere Geschütz. Luca, was ist los? Warum haben wir keinen Strom? Oh mein Gott. Da kommt wieder einer. Schieß ihn ab. Gebiet von Feindensäubern. Wir sind ein Bomber. Hallo? Noch ein paar Wünsche. Aufladen, Klee. Ne, Voltrox. Entschuldigung. Wo ist es? Ach, da. Ich dachte schon. Ich dachte, ich hätte dich verloren. So, dann geh mal auffüllen. Und zwar vorne. Simlishes Muster an das hintere Geschütz wieder. Gebiet von Feindensäubern. Ihr habt doch nicht alle. Okay. Wir haben keinen Strom mehr. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie reparieren kann. Oh mein Gott. Man kann kaum noch Walter lesen. Wir haben wieder Strom. Walter, kletter raus und reparier das. Zimmermann meine ich. Ich sag mal Walter. Oh mein Gott. Wir sind wieder da. Wir haben es überstanden. Oh mein Gott. Was ein Stress. Was ein Stress. Alter. Aber wir haben es geschafft. Hey. Da, guck mal. Hier ist alles. Alle Systeme sind ready. Aber London voraus. Wuhu. Oh Gott. Ich bin geheilt. Okay. Zeitschleife, dann gehen wir dich mal heilen. Ach, jetzt müssen wir landen. Dann heil dich mal nicht. Wir brauchen dich ja. Sonst Zimmermann musst du navigieren. Nee, nicht der Beste. Wow. Und ein Pilot ist auch scheiße. Da. Du machst das schon. Eigentlich müssen wir ja nicht mehr heilen. Ist genug geheilt jetzt. Eine tolle Crew. Eine tapfere Crew. Oh. Ich bin gespannt, wann wir die ersten verlieren. Alter. Meine Güte. Übel. Oh, scheiße. Äh. Fahrwerk ausfahren. Nicht vergessen. Oh. Das wäre es bei einer gewesen. Es kann doch bestimmt klemmen. Das gibt es bestimmt auch. Oh. Was machen wir denn jetzt mit der ganzen Kohle? Ich glaube, wir können sogar noch eine Mission fliegen. Oh. Mann. Ist das cool. Aber stressig. Wenn man einmal weiß, wie was geht. Pause. Pause drücken wäre cool. Das fehlt ein bisschen. Glaube ich. Aber das macht es auch sonst vielleicht zu einfach. Vielleicht gibt es ja Pause. Und ich weiß es nur nicht. Ich habe doch ein Bild gemacht, ne? Bonus für Rückkehr zur Beschützung. Optionale Aufklärungsfotos. Was hätte doch voll schief gehen können. Haben wir ein Level? Ist zurückgekommen. Ist zurückgekommen. Es sind alle zurückgekommen. Wir haben keinen verloren. Ah. Turbo. Not. Äh. Sturzflug. Okay. Erhöht die Geschwindigkeit, indem du fettes Treibstoffgemisch verwendest. Ah. Wie cool. Lackierung in Liefkruhen, Stiefel, Crewausrüstung, Wollhandschuhe, irgendwas. Einsatzbesprechung. Äh. Bla bla. Geh jetzt mal Crewausrüstung. Sieben überleben. Hahaha. Erfolg. Yay. Der Beste. Flieger overall. Schwarz. Oh ja. Ausrüsten. Oh ja. Ich muss cool sein. So. Was bekommst du denn? Okay. 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 Haben wir hier Kopfbedeckung. Keins. Achso. Wir müssen noch hier eine ohne. Ja. Dass der äh. Der kriegt keine. Ja. Dann haben wir der Techniker. Ist einfach glatzköpfig. Dann sieht das alles ein bisschen. Die Wollhandschuhe. Guck mal. Oh. Das ist wichtig für die Gunner. Ja. Die brauchen Wollhandschuhe. Weil das ist scheiße kalt. Kleewee. Du kriegst ein paar schicke Stiefel. Alle kriegen Stiefel. Alle kriegen coole Liederstiefel. So. Oh yeah. Hier warten wir noch mit. Macht das denn Bonis? Ach. Das macht sogar Bonis. Ja. Dann kriegen alle die. Kostet ein bisschen. Aber ist wichtig. Der schwarze Flieger Aura. Äh. Der macht nix. Okay. Gut. Flugzeug. Guck mal wie alle aussehen. Die Handschuhe. Oh. Ich muss gleich nochmal gucken. Nicht dass die irgendwas Mieses machen. Grundanstrich. Olivgrün. Auch cool. Aber mir gefällt der. Mir gefällt der Tarnanstrich. Löschsysteme. Da ist es. Installieren. Oh. Gott sei Dank. Heck. Heck. Mitte. Buch. Geschütztürme. Da können wir nix machen. Da. Bauchgeschütz. Nicht installiert. 1700. Bam. Oh yeah. Cool. Oh. Liviosa. Rumpf. Nase. Gepanzerter Rumpf. Ach guck mal. Jetzt sind wir auch schwerer. Kostet 500. Wir brauchen gepanzerte Mitte. Ne. Warte. Hauptdeck. Gepanzertes Hauptdeck. Da. Das brauchen wir. Okay. Wir haben auch ein paar Zusatzpunkte. Aber ich glaube die sparen wir uns erstmal. Das ist Feuerlöscher. Richtig. Das ist ein Fallschirm. Da ist gar nix. Hatte ich doch eigentlich 1000. Scheiße. Okay. Gut. Meine Güte. Ah. Ist zu knapp. Noch eine Mission schaffen wir jetzt nicht. Leute. Ja. Kleiner aber fein. Es tut mir leid. Wir machen jetzt hier einen Break. Und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten glorreiche Mission wieder von Bombercrew. Wünscht allen an Bord viel Glück. Ich will noch mal ganz kurz gucken. Warte. Moment. Wie in den Handschuhen. Bevor ich jetzt hier. Äh. Handschuhe. Ne. Ist alles okay. Wollen wir dir ein wenig Isolierung bieten. Ja. Ist gut. Ne. Dann haben wir jetzt alle Handschuhchen. Ne. Ich denke mal. Dann brauchst du auch die Kopfdeckung wieder. Ja. Er bringt auch mehr Panzerung. Gott. Da freut er sich. Sehr gut. Leute. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Bombercrew nochmal. Bis dahin. Haut rein.